Ich versuche heute einen 1280 Kilo schweren P4488er nur mit 10 Kilo Hantel zu keulen und das Ganze in unter 2 Minuten. Tede Euro ist... Ihr wollt's mich. Let's go. 1. 50. Es gibt nicht so schwer, es gibt nur der Schwache. 70. Ich fäck das ganze Haus auf. 128. Und wir wären sogar noch ein paar Sekunden geblieben. Und für mehr Blödsinn, mach das losweg.